Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Da sind wir mit dem Announcement-Trailer zu Sunda Partan. Es ist soweit, wir kriegen mehr Informationen. Ich habe es selber neulich gesehen, kam gerade raus vor einer Minute der Trailer und wir gucken uns den jetzt gleich zusammen an. Ich bin sehr gespannt, was ihr erwartet. Gestern hatten sie ja schon auf Twitter ein Bild gepostet oder vorgestern mit einem kleinen Screenshot, wo man Schneeleoparden sehen konnte. Da war ich schon fast ein bisschen gebraucht, muss ich ehrlicherweise sagen. Denn aus dem ersten Teaser-Trailer, das Gebrüll, das klang nicht nach Schneeleopard, oder? Also da war viel zu tief und viel zu, keine Ahnung, eher so eine Großkatz, so nicht so eine Kleinkatz, so ein Schneeleopard. Da denke ich mir eher, das klingt wie so ein Puma, so ein Fauchen. Wisst ihr, was ich meine? Deshalb ich gespannt, aber vielleicht kriegen wir jetzt im Trailer sogar einen Tiger dazu. Wer weiß. Ey, wir gucken uns den an. Ich schalte den erstmal hier durch. Wir lassen ihn erstmal durchlaufen und dann gucken wir uns den nach dem Detail an. Hier, wo der Schädel des Himalayas drehts über die Hunting-Grunds der Bengal-Diger Leben existiert auf der Nähe. Aber wenn die Räne stopt, die Clouds parten, und die Mountains stehen vor dir. Es ist eine Erfahrung, wie nichts anderes. Willkommen in Nepal. Willkommen in Sundarbattin. Junge, bitte was? Bitte was, Alter? Ich hab Gänsehaut. Ich schwör's, Alter. Ich hab hier einfach Gänsehaut, hab ich. Junge, was? Es kommt wirklich der Tiger. Junge, ich schwör euch. Es konnte nicht sein, dass dieser Viech da, was da gebrüllt hat, ein Schneeleopard. Das ist ums Verrecken nicht. Und es geht tatsächlich nach Nepal. Jetzt wissen wir es auch. Okay, ich schwör, ich glaub, ich weiß nicht, wann ich letztes Mal so hyped auf dem Map war. Ich weiß nicht, wann ich letztes Mal so hyped auf dem Map war. Ich sag's euch. Ich würde jetzt mal wirklich was komplett anderes, was komplett Neues. Ja, auch alleine das Hochgebirge. Wir haben Tiere da gesehen. Wir lassen es nochmal hier gerade ein bisschen durchlaufen. Alleine hier dieses Hochgebirge da hat, weil hier sehen wir auch so einen schönen Schlusslauf des Flachlern mit dem Dschungelbiom hier unten. Dann hinten die Berge. Witzig, wahrscheinlich wieder eine Karte erstrecken, die halt wirklich wieder verschiedene, auch sehr krass unterschiedliche Biome liefern wird. Von Hochgebirge bis zu den Tälern dann eben. Und er ist es. Der Bengaltiger, Junge. Der Bengaltiger ist am Start, weil ich bin so hyped auf dem Tiger. Ich sag's nicht, wenn es... Ich sag's nicht, wenn es... Viele haben ja auch geschrieben in den Comments von den letzten Videos, dass sie ja nicht glauben, dass es Tiger sein könnte, weil die gesagt haben, ja, so geschützte Arten und so. Ich weiß gar nicht, ob Bengaltiger, hätte ich gesagt, geschützten möchten es sein, aber ja, in unserem Verständnis hier wahrscheinlich schon im westlichen Weltbild so. Weiß nicht, wie es da vor Ort dann tatsächlich ist. Aber, ja, die Aussagen, die sind aber auch schon Jahre widerrufen. Das hält sich so hart nicht der Mythos, dass ich sagen, wir möchten keine geschützten Arten, weil sie es früher mal so formuliert haben, als Center Classic noch da war und dann spätestens mit dem Release des Eisbären bei Center Classic haben sie es komplett über den Haufen geworfen. mittlerweile gilt das nicht mehr. Dementsprechend, ähm, ja, Bengaltiger am Stabort. Freut mich wirklich richtig drauf. Begantiger, Junge, ich bin hyped. Ich hoffe, dass der auch wirklich aggressiv ist, Alter. Dass der, ähm, wirklich auch zur Gefahr wird da im Dschungel, dass man da wirklich so irgendwie die permanente Angst verspürt vor denen. Und halt wirklich in diesem Unterholz. Das ist immer was anderes als jetzt die Löwen zum Beispiel in der Savanne, wo man die halt häufig schon von Weitem sieht oder sehen kann, wenn die nicht gerade in diesem hohen Gras sind, aber hier in diesem Dschungelbiom. Boah, das fühlt sich so intens. So intens. Dann hier, äh, Himalaya-Tar kennen wir ja schon von Way of the Hunter, aber ganz ehrlich, Alter, also guckt euch das mal bitte im Close-Up an. Guckt euch das bitte im Close-Up an. Diese, diese Hochgebirgsregion mit dem Schnee und dann hier dieses Fell von diesem Himalaya-Tar, ne? Ohne Witz. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass die mal auch ein Remake machen vom Löwen, weil ich hab's, äh, glaube ich, gestern oder vorgestern mal im Stream schon gesagt. Ähm, ich find, Löwe, also, weil irgendwie auch die Gespräche kam, ja, könnt auch irgendwie so ein, ähm, indischer Löwe sagen, wie heißen die da? Keine Ahnung. Irgendwie, da gibt's auch Löwen oder so. Hab ja gesagt, boah, bitte kein Löwe, ey, weil da würde ich nicht verkraften, weil diese, diese Mähne von dem Löwen ist halt so akkonditiv hässlich und dann, wenn man das vergleicht mit anderen Tieren, und jetzt hier mir das bestes Beispiel, hier so ein Himalaya-Tar, richtig krasses, schönes Fell, was wir da sehen und der Löwe, echt, keine Ahnung, weiß nicht, was wir da gemacht haben, bei der Mähne. Ähm, ja, dementsprechend. Och, hier die Animation halt, wie sich schüttelt der Kleine. Wunderbar. Wunderbar, dann hier unten im Tal wieder so ein paar Felder mit gelben Blümchen. Gucken halt jetzt, ob man dann irgendwo noch ein Tier sieht, ne? Man will mal so in den Trailer noch irgendwelche, irgendwelche Hinweise sehen. Aber, ich glaube, wir sehen hier, ich sehe hier nichts. Mal gucken, ob irgendeiner von euch was in den Kommentaren sieht. Ja, hallo, bitte lade. Lade bitte! Geh weiter! Geh weiter jetzt! Bin ich das zu lehnen? Hier auf jeden Fall auch eine neue, neue, ja, neue Hirschart wahrscheinlich, oder? Also, ich weiß nicht, was das für ein Hirsch sein soll, im Ernst zu sein. Kann natürlich wirklich sein, dass sie, boah, mal ein Axis glaube ich nicht, ne? Dass sie so ein, ähm, Makeover gemacht haben, vor den Axis-Hirschen, wenn dann wirklich ein Great-One kommen würde. Ich suche mal noch, die Hinweise am Great-One, da haben sie nichts gedroppt im Trailer, oder? Zumindest kein Ersichtlicher für mich, vielleicht irgendwo versteckt. Ist das wirklich ein Axis-Hirschen? Vielleicht glaubst du nicht, das wird irgendeine, boah, könnte echt eine andere Hirschart sein, als die, die es schon gibt, um ehrlich zu sein. Ich habe mich jetzt auch nicht so ausweitet, dafür Hirscher gibt. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr glaubt, was das für ein Hirschart ist. Bin gespannt auf eure Meinung. Ich kann's da nix sagen zu. Auch hier diese Brücke, ne? Typisch in die Palen. Hier, Jax tatsächlich. Es sind auch Jax zu sehen, die wir da haben, auch mit langen Fällen, sieht man natürlich jetzt hier nur von Weitem, leider. Aber da oben auch dann so eine Lodge da auf dem Hügel, dann hier die Jax, die hier den Hang hochziehen, auch mit den Hanglagen. Boah, Junge. Das wird so geisteskrank. Und hier dann ist wahrscheinlich tatsächlich der Schneeleopard, I guess, oder? Ist kein Tiger hier, ne? Das könnte tatsächlich der Schneeleopard auch nochmal sein. Er kennt's halt nicht so gut, aber vom Ja, wobei hat er Streifen, ne? Ja. Oder? Auch der Tiger? Hm, na, könnte der Tiger sein tatsächlich. Boah, aber das weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Vielleicht war es auch gar kein Schneeleopard, aber war ein Schneeleopard auf dem Screenshot, oder? War es ein Schneeleopard oder war es keiner? Das ist die Frage. Aber es sah schon aus wie ein Schneeleopard und nicht wie ein Tiger. Eure Meinung in den Comments? Hier noch kein Releas-Szenen, Releas-Datum bekannt. Ähm, ich check gleich nochmal Discord, ob sie irgendwas geschrieben haben zum Release-Termin, aber dann hätten sie uns wahrscheinlich schon hier reingepackt, würde ich sagen. Ähm, Wishlist Now steht hier nur. Releas-Termin habe ich nicht gefunden, aber auf der Infoseite stehen noch ein paar wichtige Dinge, nämlich hier Coming Soon so ein paar Tani Palantino Reserve, also Datum anscheinend noch nicht bekannt. Wishlisten kann uns auf sieben Epic und Xbox. PS4 wird aber auch rauskommen, war ja im Trailer zu sehen, das Logo. Ähm, und hier steht nochmal zehn neue Tierarten von Prädatoren bis Small Game wird es geben. Dann haben wir hier noch ein paar Infos und zwar die wichtigste mal vorweg, nämlich die hier, Preispolitik wurde geändert mit Sunna Patan, haben sie im Forum auch nochmal ein bisschen erläutert oder im Discord erläutert, warum und weshalb habe ich gerade gelesen, nämlich, dass logischerweise alles teurer geworden ist und jetzt die Karten dann 11,99 Dollar respektive 11,79 Euro kosten, aber bei Release immer noch 20% Rabatt, also, wenn ihr es ein bisschen günstiger haben wollt, dann am besten bei Release kaufen. Hier klärt sich dann auch nochmal, was wohl die Hearshart war, die wir da gesehen haben, nämlich, der Barasinga, das ist nämlich ein Hearshart, ich habe es gerade gegoogelt und da ist ja auch nochmal das Tar und hier steht known in these parts as the great one. Wird es vielleicht wirklich ein komplett neues Tier the great one? Ich bin mir nicht sicher, vielleicht teasern sie da nur, ob wirklich vielleicht von den beiden dann ein Tar oder der Barasinga Hirsch als great one kommt, das wäre richtig wild, weil die gibt es natürlich auf keine anderen Karte und nur Himmela, ja. Klar, wir wissen schon, dass der neue great one nicht auf den beiden Startmaps existiert, sprich nicht auf geschwellen und nicht nicht auf nicht auf allayten, aber ein Tier, was dann nur auf der eigenen Karte kommt, wäre auf jeden Fall neu. Hier steht aber auch nochmal, dass es hier dann 13 Arten gibt, das heißt, wir haben 10 neue Tierarten und eben dann die 13 Gesamttiarten, die es da geben wird, also gibt es noch drei Arten, die sich dann wohl auch den Lebensraum dateien mit anderen. Was genau das ist, weiß ich natürlich nicht, aber ich schätze auch nochmal, Bengal Tiger, will push your survival skill set to the absolute limit, da bin ich sehr gespannt, ob der das wirklich ans Limit pusht. Hier steht dann mal ein bisschen was zum Aufbau der Karte, wie gesagt, hier High Altitude Snow Covert, in den Bergen, Rotodendron, Wälder haben wir gesehen im Trailer und natürlich die Lowlands im tropischen Bereich, hier steht dann auch nochmal was zu den Missionen, dass es eben Missionen geben wird, auch Non-Hunting Missions, wo man dann Sachen wie Agrarwirtschaft, Fotografie, Repairs und so, also für die Leute, die gerne auch Missionen spielen und anscheinend wird es dann hier auch eine neue Waffe geben, Breach Loading Firearm, ich weiß nicht, was Breach Loading heißt, im Ernst sein, aber anscheinend irgendeine ältere Waffe, spätes 19. Jahrhundert, Ähm, ich muss mal eben hier gucken, was hier steht, Call upon the Handcrafted High Caliber Single-Shot Rifle, okay, es ist also eine Single-Shot Rifle High Caliber, Base Caliber genau steht jetzt hier nicht, aber auf jeden Fall eine dicke Knarre, oh, guck mal, da haben wir glaube ich schon dann eine Tierart, von denen, die sie sich hier teilen werden, denn das hier wird glaube ich ein Wasserbefüllt sein, oder? Ein bisschen haben sie so erarbeitet, jetzt so Hängeohren irgendwie, also irgendwie größere Ohren, ja, man müsste auch weiterlesen, da steht nämlich Highlights, Water Buffalo und Black Bugs, also Black Bugs auch hier die Hirschziegenantilopen, Models are getting remastered, wahrscheinlich weil die eben dann da auch vorkommen, und remasteren, ja, auch immer gutes Potenzial, um vielleicht ein Great One entstehen zu lassen, denn meistens ist es mal so gewesen, dass die Tiere, die remastered wurden, dann auch ein Great One bekamen, ob sie jetzt ein Wasserwürfel oder eine Hirschziegernlobe wird, boah, das wäre was, ähm, ansonsten haben wir auch hier Cosmetic Packs natürlich wieder am Start, und Population, oh, warte mal, wir are going to reset Populations for a range of species, including Bobcats, Maxim Bobcats, Brown Bars, Grizzly Bears, und Black Bear schon wieder, eieieiei, irgendwie für alle, die gerade im Bärengrein drin sind, äh, along with already mentioned, Water Buffalo and Black Bug, äh, zwei Bruch für die Leute, die gerade im, im Grind drin sind, wa, Black Bear, ho, 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 Junge, das ist ein kompletter Bruch, ey, zum Beispiel kein Elch, sag ich mir das, ähm, du musst den Park verhören, du will adopt äh, more stealthy approach and stop making so many noises, okay, und Bug fix es dann noch, ja, und wahrscheinlich heute Abend dann noch ein paar mehr Infos auf, äh, Twitch, bei Expensive Worlds, nämlich hier, chillet jeden Dienstag natürlich hier, 18 Uhr, ähm, Stream, und da wird es dann heute wahrscheinlich eben genau darum gehen, ich bin gespannt auf eure, vermute vor allen Dingen, glaubt ihr wirklich, dass Waterbuffler oder Black Bug Great One wird, ein Bär, glaube ich eher nicht, auch wenn sie da Population Resetten, Lux, könnte auch sein, wenn sie die Population Resetten, aber, weiß ich nicht, oder vielleicht was ganz anderes, vielleicht sogar ein Tier, was nur hier vorkommt, vielleicht sogar wirklich einer von den Hirschen oder der Tar oder der Tiger, ich weiß es nicht, aber ey, ich bin hyped auf die Map, das alle Infos, die bisher hier draußen sind, um euch da auf dem Laufhands zu halten, ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Meinung, soll es das gewesen sein, ich bedanke mich fürs Zusehen, wenn es dir gefallen hat, drücken da oben, abonnieren nicht vergessen und dann sind wir hoffentlich bald schon da in den Wäldern unterwegs.